Hallo meine lieben DigiRitter, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Review zu Digimon Adventure 2020. Heute mit der gestern erschienenen 60. Folge der Serie. Gestern erschienen deswegen, weil ich gestern leider nicht mehr dazu kam, zeitlich die Review aufzunehmen, sondern das mache ich jetzt dann heute und heute kommt die Review dann auch online. Wie immer natürlich gilt vorweg die Spoiler-Warnung. Wer die Folge noch nicht gesehen hat, gut, ist an dieser Stelle natürlich eher unwahrscheinlich an dieser Stelle, aber trotzdem, Spoiler-Warnung gilt natürlich wie immer, also wer die Folge noch nicht gesehen hat, für den ist diese Review wie immer nichts, weil ich die Folge wie immer im Groben und Ganzen einmal durchgehen werde, immer noch was dazu sagen werde, wenn mir was dazu einfällt oder mir was Sachen aufgefallen sind, die ich nochmal hervorheben möchte und am Ende gibt es dann natürlich wie immer noch das Fazit von mir und danach schauen wir uns dann an, wie die Preview für die nächste Folge aussieht, was sich da drin versteckt bzw. was dort passieren wird. Wer das nicht sehen möchte, um nicht gespoilert zu werden, schaltet dann gerne nach dem Fazit dann ab, lasst aber trotzdem gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt und ein Abo da, falls ihr zum ersten Mal dabei seid und dann würde ich sagen, starten wir rein. Die Folge beginnt, wie die meisten davor auch, mit einem Rückblick auf vergangene Ereignisse, allen voran die Ereignisse aus der letzten Folge mit Izzi, Tai, Tentomon, Argomon und Nanomon bzw. dann auch Herkules Capoterimon gegen Gran Kovagamon. Und dann haben wir noch einen Rückblick auf Joey's letzte Folge, wo er eine große Rolle gespielt hat und es war die Folge, wo Shogun Gekomon sich in, warum auch immer, in Gumamon verliebt hat und es dann um den Kampf um die heißen Quellen ging. Und dann beginnt da an dieser Stelle dann auch die jetzige Folge und da sehen wir dann schon einen Moment, den wir aus der Preview ja schon gekannt haben und zwar ist die ganze Truppe von den heißen Quellen unterwegs. Also Joey, Gomamon, Shogun Gekomon, Blossomon, Dinanimon und dann auch noch Kabukimon und der ganze Rest, also alle Digimon, die bei den heißen Quellen waren. Und warum die unterwegs sind, das wird dann an dieser Stelle dann auch als nächstes dann erklärt. Alle sind aber völlig erschöpft. Joey geht auch zu Boden, hält seine Hand gegen den Himmel und sagt auch schon, dass der Himmel sie verlassen hat quasi. Und wieder mal mit seiner Art und Weise, die einen halt die ganze Zeit daran erinnert, dass er halt hier der Clown der Serie ist. Auf jeden Fall, im nächsten Moment erscheint dann ein Blimpmon am Himmel. Das kamen wir ja auch in der Preview schon gesehen. Und auf diesem Blimpmon befinden sich witzigerweise Mimi und Palmon, welche dann natürlich auch auf die Truppe unten aufmerksam werden. Und sie fragen, was sie denn hier machen. Alle schauen natürlich sehr stark verdutzt nach oben. Und dann sehen wir auf einem Fluss ein Piratenschiff, was unterwegs ist, auf dem sich ein großer Schatten befindet. Und natürlich hier oben auch noch ein Digimon auf dem Ausguck. Bei diesem Digimon auf dem Ausguck handelt es sich um Gavapamon. Bei dem großen Digimon handelt es sich um Olegemon, was wir auch schon in der Preview gesehen haben. Das Gavapamon hat ein Fernroi in der Hand und erspäht quasi das fliegende Luftschiff, also Blimpmon. Und die nehmen die Verfolgung auf. Die versammelte Truppe auf Blimpmon hat natürlich jetzt noch keine Ahnung von der Gefahr, die denen jetzt bevorsteht. Auf dem Luftschiff haben die sich jetzt erstmal zur Ruhe gesetzt, haben jetzt dann auch Sachen angeboten bekommen, also sowohl Essen als auch Heißes zu trinken von den Tademon und den Lalamon. Denn, wie gesagt, die ganze Truppe aus der Digimon-Schule ist in Blimpmon unterwegs auf eine Art Schulausflug in ein südliches Gebiet, wo es sehr warm sein soll und auch alles sehr grün sein soll. Und dorthin sind die jetzt gerade, wie gesagt, unterwegs. Joey und Mimi haben es sich auf der Brücke, also der Kommandozentrale des Luftschiffs, sich hier gemütlich gemacht. Hier sieht man eine Statue von Babamon an dieser Stelle noch. Mit Proportionen, die für Babamon eher untypisch sind. Also hier lange dünne Beine, dann auch hier noch ganz geschmeidiger Oberkörper, würde ich an dieser Stelle mal dann sagen. Und wir haben hier auch noch einen altbekannten Hut hier mit am Start. Beziehungsweise nicht nur einen Hut, sondern auch noch einen Digimon mit dabei. Und zwar Bancho Mamemon, welcher natürlich auch auf diesem Schulausflug nicht fehlen darf. Ich glaube, das einzige Digimon, was nicht auf diesem Schulausflug mit dabei ist, oder beziehungsweise die beiden, die nicht mit dabei sind, sind einmal Babamon und einmal Gigimon. Die beiden habe ich jetzt zumindest in der Folge nicht erspänen können. Und auf jeden Fall hat Joey auch ein heißes Getränk bekommen. Und auf, ja, Joey's clownhafte Art hier in dieser Serie bedankt er sich natürlich wieder mal sehr übertrieben darüber. Oder beziehungsweise darüber. Mamemon beschwert sich an nächster Stelle ein bisschen über die, ja, Witzfiguren. Also hier hauptsächlich Kabukimon und Shokun Gekomon, die die jetzt mitgenommen haben. Und, ja, dass sie hier ja ein bisschen fehl am Platz wären. Was natürlich Shokun Gekomon und Kabukimon überhaupt nicht passt. Die fangen dann an, so ein bisschen zu streiten. Dann geht aber Palmon dazwischen. Und, ja, dann ist die Sache soweit gegessen. Mimi wird jetzt hier als Lehrerin dargestellt. Als Mimimon-Sensei quasi. Genau, dann erzählt Joey so ein bisschen, wie es zu dieser Situation kam. Und zwar sind die heißen Quellen wieder einmal versiegt. Dieses Mal hat es aber einen Grund, der denen unbekannt ist. Aber sie wissen auf jeden Fall jetzt alle, okay, das Wasser ist weg. Das heiße Wasser ist weg. Und jetzt wird es dann dort nur noch wieder kälter werden. Und dann kommt Kabukimon die Idee, dass er ja von einem Land gehört hat, was sich auch hier witzigerweise zufällig im Süden befindet. Wo es warm sein soll, grün. Und alle dort in Frieden dann leben können. Und dann fasst natürlich auch Joey den Entschluss, die versammelte Truppe dort hinzuführen. Und dorthin waren sie jetzt unterwegs. Sind durch ein Schneegebiet durchgekommen, wo dann, wie gesagt, Blimpmon mit der Schultruppe die andere Truppe hier dann aufgesammelt hat. Und ja, wie gesagt, Joey, Mimi erzählt dann, dass sie genau in dieselbe Richtung unterwegs sind und nehmen natürlich dann alle an dieser Stelle mit. Dann auf einmal schlägt Blimpmon Alarm, denn sie werden angegriffen. Das Piratenschiff hat Blimpmon eingeholt inzwischen. Joey's Kinnlade fällt hier natürlich mal wieder ganz weit runter. Und dann erscheint dann im nächsten Moment, wie gesagt, das große Piratenschiff neben ihm. Zu dem Piratenschiff muss ich sagen, das ist dasselbe Piratenschiff vom Design her, von der Aufmachung her. Bis ins quasi fast letzte Detail ist es dasselbe Piratenschiff von Olegmon, welches wir auch schon in Cross Wars gesehen haben. Mit demselben goldenen Schädel vorne, denselben Hörnern quasi, die hier rausgehen. Drei Maste hatte das da auch noch. Einziger Unterschied, glaube ich, zu dem in Cross Wars war, dass hier die Segel noch ein bisschen breiter waren und auch die Segelstämme, Baumstämme, wie auch immer man das bezeichnet da, das Holz da auf jeden Fall, dass das noch breiter war, weil dort hatte nämlich das Olegmon auch genügend Platz, da drauf zu laufen. Aber hier ist Olegmon so groß auf dem Schiff, vergleichsweise, dass der hier oben nicht drüben drauf balancieren könnte. Also das Schiff im Allgemeinen ist kleiner als in Cross Wars, aber vom Design her ist es dasselbe Schiff. Und auf jeden Fall fragt dann Olegmon, wer denn hier der Kapitän des Schiffs ist. Und Mimi versteckt sich hier unterhalb von Joey's Mantel und spricht quasi statt Joey hier oder beziehungsweise für Joey und sagt, ja, ja, ich bin das. Also quasi als wenn Joey reden würde. Ich bin das, Joey Kido, der Kapitän dieses Schiffs. Und ja, da kommen irgendwelche solchen Sachen, wie, ja, dass sie nicht zulassen werden, dass sie anderem das Schiff erkapern oder beziehungsweise erobern. Und dem Divemon fällt dann auf jeden Fall auf, dass es sich bei Joey um einen Menschen handelt, was aber an dieser Stelle keine weitere größere Rolle spielt. Dann diskutieren die noch ein bisschen hin und her und Olegmon gibt dann den Befehl, das Schiff zu entern beziehungsweise anzugreifen. Natürlich versucht Blimpmon dann mit der Truppe dann zu entkommen. Allerdings sind die Piraten, was das betrifft, ein bisschen erbarmungslos und feuern dann auch noch auf Blimpmon. Aber Shogun Gekumon macht sich endlich mal nützlich und benutzt seine Schallwellen aus seinen Musikkanonen, um eine Art Schutzschild um Blimpmon zu erzeugen, welcher die ganzen Kanonangriffe abwehrt. Allerdings kommt dann durch einen Aufprall Shogun Gekumon ins Wanken und er fällt von Blimpmon herunter, muss sich dann hier an einer von Blimpmon Kanonen festhalten. Dann fallen auch noch Joey und Gomamon herunter. Die drei fallen vermeintlich dann ins Wasser rein und sind dann auf jeden Fall erstmal weg. Joey wacht dann im nächsten Moment dann auf. Gumamon erzählt, dass sie von dem Schiff aufgefangen wurden beziehungsweise hier mit so einer Art Fangkescher, welches vorne aus dem Schiff rauskommt. Sieht man dann hier an dieser Stelle. Und sie befinden sich jetzt in einem Käfig und werden innerhalb des Bugs des Schiffes gefangen gehalten. Oder in einer Art Laderaum. Gumamon schafft es allerdings ohne große Mühe, das Schloss zu knacken mit seinen Krallen und die beiden machen sich dann auf, an Deck des Schiffs zu kommen. Kommen dabei an der Küche vorbei von dem Schiff und bemerken sehr schnell, dass alles hier komplett leer ist. Keine Vorräte mehr da sind, kein Essen mehr da ist und dass die Situation auf dem Schiff vermutlich nicht allzu rosig ist. Dann werden sie von einem Gewapphormon entdeckt, welches die dann verfolgt. Allerdings gibt es relativ schnell auf, weil es einfach keine Kraft mehr hat und geht dann einfach zu Boden. Gumamon und Joey fragen ihn dann natürlich, was denn los ist. Dann wird Olegmon informiert, dass die beiden Gefangenen entkommen sind, sich auf dem Schiff jetzt frei herumbewegen. Aber das kümmert Olegmon jetzt nicht so viel. Dann taucht wieder das Luftschiff, aka Blimpmon, auf mit Mimi und allen an Bord und Kabukimon und Banjo-Mamemon sind hier da vorne dann auch mit dabei und sie versuchen, einen Gegenangriff zu starten, um natürlich Joey, Shogun-Gikomon und Gumamon zu befreien. Allerdings fällt ihnen sehr schnell auf, dass Shogun-Gikomon hier quasi als Gefangener an den Mask gebunden ist und dementsprechend können sie jetzt nicht mit ihren Attacken angreifen, weil sie sonst Shogun-Gikomons Leben mit aufs Spiel setzen würden. Unterdessen unter Deck erzählt Gawapamon so ein bisschen, wie die Situation auf dem Schiff ist, also dass alle Vorräte alle sind und sie jetzt quasi nur noch verhungern. Erzählt dann so auch ein bisschen über die Vergangenheit, wo die alle herkommen. Sie befanden sich auf einer Insel im Meer, also die Divemon und die Gawapamon haben hier auf dieser Insel gelebt und dann ist irgendwann einfach alles verdorrt, es ist kein Essen mehr gewachsen, sie konnten sich nicht mehr ernähren und dann hat Olegmon die ganze Truppe mit den restlichen Vorräten, die noch verblieben, auf das Schiff gepackt, damit sie wie gesagt einen Ort finden können, wo alle wieder in Ruhe und Frieden leben können beziehungsweise auch genügend dann zu essen haben werden. Diese ganze Piratenbande ist eigentlich nur dadurch entstanden aus der Not, dass sie halt von der Insel wegkommen mussten und wieder was zu essen finden mussten. Und ja, sie waren sehr lange auf den Meeren unterwegs, aber die Meere waren alle wie von Geisterhand einfach komplett leer, das heißt sie haben nirgendwo etwas gefunden und die Vorräte gingen dann immer weiter zur Neige und in dieser Situation sind sie jetzt gerade. Joey und Gawapamon gehen dann an Deck, sehen dann Olegmon, welcher jetzt dann Chukun Gekumon vorne an das große Horn gepackt hat vom Schiff und diesen dort jetzt zur Schau stellt. Die beiden kommen dann hervor, stellen sich dann Olegmon gegenüber, und Joey sagt dann auf jeden Fall zu Olegmon, dass er Olegmon herausfordert in einem Zweikampf um die Anführerschaft über die Mannschaft des Schiffes und natürlich auch dann im Gegenzug dann auch die Mannschaft von Blimpmon. Das lässt sich Olegmon natürlich nicht zweimal sagen und er nimmt die Herausforderung an. Sie gehen aber dafür extra an Land, damit weder das Schiff noch die Crew von Olegmon in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Und was auf jeden Fall davon zeugt, dass Olegmon einen trotzdem ganz guten Charakter hat, also in Wirklichkeit ein gutes Digimon ist, was halt durch die Umstände gezwungen ist, eben diese Aktion zu machen. Finde ich auf jeden Fall ganz interessant und es ist auf jeden Fall wie im Cross Wars Anime damals. Da war Olegmon auch ein Digimon. Da war er aber aus Überzeugung Pirat, aber er war sehr darum bemüht, beziehungsweise er hat sich sehr um seine Crew gekümmert, weil diese alle seine Freunde waren und Freunde über alles gehen. Damals war es noch eine andere Situation. Damals war er in Cross Wars ein Death General, also quasi einer der sieben bösen Digimon aus der Armee von Bagramon. Aber im Gegensatz zu den meisten anderen Death Generals war er nicht wirklich ein böses Digimon, sondern er hat einfach nur seinen Beitrag geleistet, dass die Digimon dort dunkle Energien absondern, damit, oder beziehungsweise unterdrückt werden, damit diese weiterhin Bagramons Maschinerie füttern. Aber in Wahrheit war er ein Digimon, welcher sehr sich um seine Crew gekümmert hat und Freundschaft über alles gestellt hat, weil in einem, in dem Setting, wo sie sich damals befanden, also in einem Meer aus reinem Gold, wo auch das Schiff aus Gold war und sie die ganze Zeit das Gold und beziehungsweise die Habseligkeiten der Bewohner an den Inselstränden und so an sich gerissen haben, war Freundschaft einfach etwas, was man mit Gold nicht aufwiegen konnte und deswegen war Freundschaft für ihn eins der höchsten Güter, die man haben konnte, was kein Schatz der Welt quasi ersetzen konnte. Und dieses Olegmon hier ist ein ähnliches zumindest. Hier ist es, wie gesagt, nicht so ausgeprägt wie damals. Also ich würde sagen, das Olegmon aus Cross Wars hatte deutlich mehr Charakter als dieses Olegmon. Aber die Grundzüge sind zumindest relativ ähnlich. Und was auf jeden Fall für mich noch ein schönes Detail war, der Synchronsprecher von Olegmon ist derselbe wie in Cross Wars. Das habe ich allerdings erst spät in der Folge aufgefallen. Mir ist nur die ganze Zeit aufgefallen, okay, der klingt relativ ähnlich. Aber die Art und Weise, wie Olegmon hier gesprochen hat, beziehungsweise auch die Tonhöhe, beziehungsweise auch das, wie er redet, war einfach ein bisschen anders. Der Charakter war nicht so auf Lachen und so ausgelegt wie der Charakter damals. Und dementsprechend hat das ein bisschen gedauert, bis ich hundertprozentig sicher war, dass es derselbe Synchronsprecher war. Aber das hat für mich dann auch nochmal aufgewertet, dass sie denselben Synchronsprecher wie von Cross Wars verwendet haben, weil ich diesen Synchronsprecher und damit auch Olegmon damals sehr extrem gefeiert habe. Und das für mich auf jeden Fall ein schönes Detail war, was für mich Olegmon hier nochmal ein bisschen aufgewertet hat. Auch wenn, wie gesagt, der Charakter von Olegmon nicht auf demselben Level ist wie der aus Cross Wars. Auf jeden Fall, Joey und Gummamon stehen jetzt dann Olegmon gegenüber. Joey fragt dann noch, ob es denn wirklich okay ist, dass hier quasi zwei gegen einen kämpfen. Und dann sagt Olegmon, ja, die beiden sind Partner. Bedeutet, es wäre blödsinnig, gegen nur einen von beiden zu kämpfen, weil das quasi nur ein halber Sieg dann in dem Sinne wäre. Auf jeden Fall digitiert Gummamon dann zu Ikakumon, feuert erstmal dann mehrere Harpunen ab, welche aber nur in der Hand von Olegmon abprallen und verpuffen. Weil Olegmon natürlich ein Mega-Level-Digimon hier in dieser Serie ist und dementsprechend hat ein Champion-Level-Digimon da keine großen Auswirkungen auf ihn. Trotzdem macht Ikakumon weiter. Olegmon sagt dann auch noch, ja, ist das alles, was ihr drauf habt? Er sucht nämlich in dieser Situation die Herausforderung, weil es würde ja kein Sieg sein, kein richtiger Sieg sein, wenn er gegen einen Gegner gewinnt, der nicht auf demselben Level ist beziehungsweise keine Chance gegen ihn hat. Dann digitiert Ikakumon zu Zudomon weiter und da sieht man schon, dass da Olegmon ein bisschen mehr, zumindest scheinbar, struggelt. Erst überwältigt er Zudomon, dann allerdings wirft Zudomon von seinem Hammer ihm ins Gesicht und dann mit einem Hammer-Spark schlägt er dann in Olegmon ein und ich hoffe, ich bekomme das hier hin. Genau, hier, in diesem Moment dachte ich, okay, nee, also spaltet sich hier wirklich gerade der Arm von Olegmon von seinem Körper ab. Also, so stark ist doch Zudomon nicht, dass er einem Mega-Level-Digimon hier einfach den Arm abspalten kann. Aber das ist hier alles nur visueller Effekt an dieser Stelle, um das ein bisschen krasser darzustellen. In Wahrheit ist Olegmon an dieser Stelle nichts passiert und er schleudert seine beiden Äxte in Zudomon rein, welcher dadurch zurückgeschleudert wird und dann geht er hin und verpasst Zudomon einen nach dem anderen und Zudomon geht zu Boden. Dann stehen aber Zudomon und Joey wieder auf. Zudomon erinnert sich so an die ganzen Zeiten, die er mit Joey gemeinsam hatte. Dass Joey ein extrem zuverlässiger Mensch ist, der immer für alle anderen einsteht, wenn die Situation es verlangt. Und dann sagt Joey noch einen Satz, den wir jetzt in den letzten Folgen des Öfteren gehört haben und dass sie beide jetzt zeigen werden, was an Kraft wirklich in ihnen steckt. Und das ist ein Punkt, der mich an den letzten Folgen allgemein einfach extrem gestört hat, ist, dass die Charaktere einfach nur sagen müssen, ja wir zeigen jetzt die wahre Kraft, die in uns steckt und dann können sie plötzlich aufs Mega-Level digitieren. Also, klar natürlich, die Charaktereigenschaften müssen in den Charakteren vorhanden sein, in so einer Stärke, dass die Mega-Digitation ermöglicht wird. Problem ist allerdings, dass sie einfach hier nur dann jedes Mal dann sagen, ja wir zeigen jetzt die wahre Kraft, die in uns steckt und vorher hatten sie diese Kraft nicht und jetzt haben sie die auf einmal so, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber auf jeden Fall im nächsten Moment digitiert Zudomon aufs Mega-Level zu Weikmon und steht dann jetzt an Olegmon gegenüber. Olegmon holt dann seine Äxte raus, Weikmon holt dann seine beiden, ja, Morgenstände sind das ja nicht, weil da die Ketten fehlen, aber auf jeden Fall so diese Art Morgensterne ohne Kette hervor. Beide laufen mit einer eigentlich ganz schönen Animation hier aufeinander zu. Die beiden Waffen kollidieren ineinander, erzeugen dadurch starke Blitze, aber am Ende zerbrechen die Äxte von Olegmon an dieser Stelle, was er in dem Moment gar nicht fassen kann und Weikmon packt dann noch seinen Arctic Blizzard raus und schleudert damit einmal Olegmon auf sein Schiff zurück. Mimi und die anderen freuen sich natürlich über den Sieg, die anderen aus Olegmons Truppe machen sich jetzt natürlich Sorgen um ihn, hier sieht man, dass er größtenteils hier oder teilweise von Eis bedeckt ist, durch den Arctic Blizzard und ja, das war's dann auf jeden Fall. Er gesteht seine Niederlage ein, Joey kommt dann dazu und sagt dann ja natürlich, was ausgemacht war, dass der Verlierer quasi zum Untergebenen von dem anderen wird und fordert das an dieser Stelle dann natürlich auch ein. Blimpmon und Blimpmon hat sich dann hier ein Seil geschnappt und nimmt das ganze Schiff dann im Schlepptau mit. Sie kommen dann an diesem Strand an, an diesem Gebiet, worüber auch Kabukimon geredet hat, hier im Süden, wo es einfach warm ist, schön ist, alle genügend zu essen haben werden und alle hier dann gemeinsam in Frieden dann leben können und das wird dann auch zur neuen Heimat von sowohl den Piraten als auch von den Leuten oder beziehungsweise den Digimon von der heißen Quelle. Die Digimon Schule wird vermutlich dann auch wieder sich zurück aufmachen zur Digimon Schule, weil sie dort wahrscheinlich noch weiter unterrichtet werden müssen. Joey wird natürlich wieder mal ganz verlegen, weil er von allen sowohl als Leader, als Senpai oder als Shogun dann jetzt dargestellt wird. Shogun deswegen, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, weil Olegmon von seinen Crew-Leuten nicht als Kapitän bezeichnet werden wollte, sondern als Shogun. Da habe ich nicht ganz in der Folge verstanden, wo das herkommt. Das kann aber auch sein, dass ich das vielleicht überhört habe. Aber auf jeden Fall jetzt piept sein Digi-Weiß auf und er bekommt sein Wappen auf das Digi-Weiß. Was auch immer das für die Zukunft bedeuten mag. Und dann kommt wieder mal der obligatorische Teil dazu. Der immer noch hier und da unterwegs ist. Immer von einem Ort zum anderen und immer dann ganz zufällig auf die anderen trifft. Hier bin ich zumindest in der Folge froh gewesen, dass er zumindest keine größere Rolle gespielt hat oder beziehungsweise nicht von Anfang an zufällig dazu gestoßen ist und dann die ganze Folge eigentlich nur Ballast war, der quasi eigentlich auch hätte aus der Folge rausgecuttet werden können. Hier gut kann man halt sagen, okay, wenigstens war es jetzt nur gegen Ende, dass er jetzt noch irgendwie dazugestoßen ist, ohne Grund natürlich auch an dieser Stelle dann wieder und deswegen nicht so viel jetzt von den Folgen der anderen mitgenommen hat oder beziehungsweise da ans Spotlight quasi rausgenommen hat. Trotzdem hätte ich das echt für gut gefunden, weil es auch nicht in der Preview zu sehen war, dass die ganze Folge auch dann ohne als das hier kam, dachte ich mir, oh Gott, ach, das war wohl zu viel verlangt, eine komplette Folge ohne Tai jetzt zu machen an dieser Stelle. Aber immerhin war es jetzt nur ein okay, er kommt am Ende kurz dazu, sagt, okay, er ist wieder random unterwegs gewesen. Aber dann endet auch die Folge zum Glück und wir haben dann jetzt nicht noch mehr davon bekommen. Und ja, damit endet dann wie gesagt, die Folge dann. So, damit sind wir dann beim Fazit dann auch angekommen. Also auf jeden Fall großer Pluspunkt für mich war, dass der Auftritt von Tai hier zumindest kurz gehalten wurde. Besser hätte ich es gefunden, wenn er komplett weggelassen worden wäre in der Folge. Aber ich glaube, das war jetzt dann an dieser Stelle zu viel verlangt. Aber zumindest wurde er auf Minimum gehalten und am Ende war er nur quasi vorhanden. Dementsprechend in Ordnung auf jeden Fall, da hätte das meiner Meinung nach schlimm werden können oder schlimmer werden können wie in den Folgen davor auch. Dass Tai wieder mal in den Spotlight Folgen von den anderen immer eine präsente Rolle quasi eingenommen hat. Hier war es wie gesagt am Ende erst. Dann dass Mimimim dabei war, das war für mich eine schöne Überraschung, weil ich damit nicht gerechnet habe, weil es in der Preview nicht zu sehen war, dass die Digimon Schule auch unterwegs ist, dass wir noch mal von Banjo Mami Mon einiges gesehen haben, dass sehr viele Digimon in dieser Folge eine Sprechrolle hatten, das fand ich echt super, dass Shogun Geku Mon auch wieder mal eine Rolle bekommen hat, wo er vielleicht ein bisschen mehr Kompetenz zeigen konnte, zumindest diesen einen Moment, wo er diesen Schutzschild mit seinen Soundkanonen erzeugt hat, um die Angriffe von dem Schiff abzuwehren, wo er allerdings dadurch ein bisschen dann kaputt gemacht hat, dass er dann vom Schiff runter gefallen ist und Joey und Gomamon natürlich hinterher, aber trotzdem ganz schön auf jeden Fall meiner Meinung nach, das mit Weigmon und Olegmon fand ich ein bisschen kurz, wieder mal, da hätte man den Kampf auch noch mal deutlich länger gestalten können, der war mir dann zu rasch zu Ende, Olegmon als Charakter hat mir gefallen, da auch das ganze drumherum mit seinem Schiff, mit seiner Crew, wie das Ganze zustande gekommen ist, dass wir diese Hintergrundinformation bekommen haben, dass sie nicht einfach nur Piraten waren, die darauf aus waren, böse zu sein, sondern dass das auch alles einen Hintergrund hat, wo das herkommt und das hat für mich die Folge auf jeden Fall noch mal ein bisschen interessanter gemacht, wie gesagt, also einige positive Aspekte dieses Mal mit dabei, auch wenn ich das mit dem ganzen Wappen und so im Hintergrund, was ja auch noch nebenbei noch eine Rolle gespielt hat, immer noch zu schwach finde und immer noch viel zu spät in der Serie, wir sind ja jetzt bei Folge 60, wir haben nur noch sechs Folgen vor uns und da finde ich das Ganze mit den Wappen und so immer noch zu spät, wir haben immer noch keine Erklärung, wir haben auch keinerlei Anzeichen jetzt darauf, was die große Katastrophe großartig ist, außer dass wir wissen, okay, da ist ein großes, starkes, böses Digimon, die Argimon sind die Untergebenen davon, aber was der genaue Plan ist und alles, das steht alles noch nicht fest, beziehungsweise überhaupt, was passieren wird. Das Geheimnis um Omnimon ist immer noch nicht gelüftet, das muss man auch an dieser Stelle nochmal hervorheben, das ganze Ding Omnimon herum ist immer noch Mysterium, die Digiritter wissen nicht, wie sie Omnimon zustande bringen können, sie wissen auf jeden Fall nur, dass irgendwas mit Hai und Argimon und Mad und Gabumon da auf jeden Fall ist und dass dann plötzlich Omnimon auftaucht, aber wie das zustande kommt, ob Omnimon überhaupt noch eine Rolle mal spielen wird in dieser Serie, außer halt diesen, ja, ich würde das fast schon Cameo Auftritten sagen, beziehungsweise so diesen Auftritten, wo er dann als OP dargestellt wurde und einfach dann, wenn die Digiritter nicht weiterkamen, dann die Situation gerettet hat, aber seitdem haben wir auch nichts mehr von ihm gesehen, ob er noch überhaupt auftritt, das wissen wir an dieser Stelle nicht, also sehr viele offene Sachen auf jeden Fall noch und da weiß ich nicht, wie die das in sechs Folgen jetzt noch hinbekommen wollen, aber zur aktuellen Folge auf jeden Fall, ich fand sie zumindest overall besser als manch andere Fillerfolgen, die wir in dieser Serie jetzt schon bekommen haben, wurde dadurch aufgewertet nochmal, dass wir Mimi und die Schultruppe nochmal gesehen haben, drei, am Ende hat es für mich nochmal ein bisschen abgewertet, weil der jetzt ja immer präsent war in den letzten Folgen oder auch overall natürlich die größte Präsenz in der Serie hat, aber es war zumindest besser als ich erwartet hatte, aber natürlich wie gesagt dadurch, dass der Kampf zwischen Weigmon und Olegmon nicht so spektakulär wurde, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte, kann ich auf jeden Fall sagen, die Folge war ganz gut soweit, also gut bekommt das von mir, besser als auf jeden Fall so manch andere Folge in der Serie, aber definitiv noch nicht eine der besten meiner Meinung nach, dementsprechend ein ganz solides gut bekommt es von mir und wie immer natürlich schreibt gerne eure Meinung zu der Folge in die Kommentare wie hat sie euch gefallen seht ihr manche Sachen anders als ich oder seid ihr meiner Meinung schreibt auf jeden Fall wie gesagt alles gerne in die Kommentare lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben wenn es gefallen hat und ein Abo da falls ihr zum ersten Mal dabei seid und jetzt schauen wir uns dann noch die Preview für die nächste Folge an ich hole die mal kurz her ihr habt jetzt die Möglichkeit wie immer abzuschalten falls ihr die nicht sehen wollt und dann schauen wir uns die jetzt dann auch noch an so da haben wir die Preview für die nächste Folge und schauen uns mal an was uns denn da beim nächsten mal erwartet so wir sehen auf jeden Fall als erstes hier gut wieder Teil und Agumon natürlich aber wir sehen Eldoradimon wieder nach Hause zu kommen also oben auf den Cloud Kontinent wo es ja zu Hause war bedeutet die nächste Folge wird sich sehr krass oder sehr stark darum drehen dass sie versuchen Eldoradimon wieder auf den Cloud Kontinent hoch zu bekommen was natürlich sehr schwer ist weil Eldoradimon natürlich nicht fliegen kann und aufgrund seiner Körpermasse ein sehr schweres Digimon ist hier sieht man schon dass er teilweise hier an dem Felsabhang oder an dem Bergabhang einfach abrutscht wir sehen hier super viele Digimon die alle sich hier versammelt haben wir haben hier sogar einen Weedmon hier vorne wie man hier sieht wir haben Chamamon dann Floramon Shellnumemon Kamemon Elegmon hier dieses mal wieder ein normales Elegmon dann haben wir Kokuvamon und noch zwei andere wo ich bei ihm weiß ich den Namen gerade wirklich nicht dann haben wir noch einen Sandflormon mit dabei wir haben Leomon wieder mit am Start wir sehen hier Gravimon Gravimon wird dann wahrscheinlich vermutlich das böse Digimon der nächsten Folge sein Gravimon war auch wie Olegmon einer der Death Generals aus der Armee von Bagramon in Cross Wars freut mich auf jeden Fall dass der hier nochmal einen Auftritt bekommt wie gesagt bin gespannt was er für einen Charakter hat hoffentlich hat er einen und ist nicht nur ein bösewicht der einfach nur böse ist um böse zu sein und halt versuchen ich lasse Eldoradimon da nicht hochklettern Gravimons Spezialfähigkeiten drehen sich alles um Gravitation sieht man auch hier an den fliegenden Stein um ihn herum bedeutet er wird wahrscheinlich maßgeblich daran beteiligt sein Eldoradimon am Boden zu halten vielleicht wird er am Ende zum Guten bekehrt und hilft dann sogar mit seinen Gravitationsfähigkeiten Eldoradimon nach oben auf den Cloud-Kontinent zu heben hier sehen wir auf jeden Fall Angemon wieder am Start nicht Pegasusmon sondern Angemon dann sehen wir Greymon wir sehen hier alle wie sie versuchen Eldoradimon hochzuheben oder beziehungsweise zumindest anzuschieben auch hier ein Swanmon ist mit am Start hier sehen wir dann Gravimon Padammon und Tickel wie sie runterfallen da sehen wir hier dann auch nochmal Tickelmon hochlaufen wir sehen hier ein Trimogemon mit einem lilanen Horn beziehungsweise Bora hier vorne und hier einem Schnäuzer wir sehen Mon Saemon hier Sanflomon Starmon das Varonesmon oder Swarum oder Swanmon da weiß ich jetzt nicht spontan wie das richtig heißt das Weelikmon und dann endet damit dann auch die Preview für die nächste Folge also wie gesagt die nächste Folge wird sich hauptsächlich darum drehen Eldoradimon auf den Cloud-Kontinent wieder hoch zu bekommen und wirkt dann für mich wieder quasi wie eine weitere Filler-Folge die nicht viel mit der großen Katastrophe zu tun hat bedeutet erst ab Folge 62 werden wir dann vermutlich wieder in Richtung große Katastrophe dann gehen wenn alles gut läuft das weiß man ja hier überhaupt nicht wie es jetzt Storytelling mäßig weitergeht und das heißt bei Folge 61 und okay bei Folge 62 wissen wir es noch nicht aber bei Folge 61 wirkt das auf allen jeden Fall wieder so wir stehen so kurz vor Ende der Serie und haben quasi immer noch Filler-Folgen wenn man das mal vergleicht mit Original Digimon Adventure hier fehlt einfach völlig dieser Bedrohungsaspekt bei Digimon Adventure war es zumindest so dass sie dann als sie wieder in die Digi-Welt zurückgekehrt sind direkt festgelegt wurde okay die Meister der Dunkelheit sind die Bedrohung und jetzt als Gruppe sind die zu mächtig und jetzt besiegen sie sie nacheinander und dann passiert auch noch zwischendrin Sachen aber alles läuft darauf hinaus dass sie die Meister der Dunkelheit da sind und diese müssen besiegt werden gut dass danach noch Apokalimon kommt das wäre dann natürlich hier an dieser Stelle noch das Äquivalent zur großen Katastrophe aber ihr versteht was ich meine hoffentlich dass hier Digimon Adventure 2020 jetzt vor der großen Katastrophe mir fehlt einfach so dieses Äquivalent also so ein böse Digimon die jetzt erstmal überwunden werden müssen und dann kann von mir aus eine große Katastrophe kommen die dann quasi nochmal eine Stufe drauf ist aber so dieses Ganze wir sind jetzt kurz vor Ende der Serie aber es passiert nichts was irgendwie mit dieser groß angekündigten großen Katastrophe zusammenhängen könnte wir hängen ja jetzt schon seit mehreren Folgen dran dass die Digiritter jetzt alle ihre Mega Level bekommen aber wie sie ihre Mega Level bekommen wirkt halt für mich eher wie Filler nicht wie irgendwas was jetzt auf diese große Katastrophe hinauf arbeitet oder oder alles dadurch zustande kommt dass es eben Auswirkungen der großen Katastrophe sich jetzt schon zeigen dass die Digimon Schule im nächsten Moment von dem Erdbeben zerstört wird was durch die große Katastrophe hervorgerufen wurde und dann Palmon beziehungsweise Lillimon dann zu Rosemond digitieren muss um die Schule zu retten mit ihren Ranken zum Beispiel oder dass bei der Crew von Olegmon die Insel durch diese großen Katastrophen an Zeichen zerstört wurde und sie deswegen jetzt unterwegs sind und das alles dadurch zusammenkommt aber sowas haben wir leider nicht aber gut so ist das so müssen wir das jetzt weiter bis Ende dann durchleben bei Digimon Adventure 2020 und ich kann es leider nur oft genug sagen wie ich das sehe und gut dann schauen wir mal wie die Folge dann beim nächsten Mal dann trotzdem wird damit sind wir jetzt endgültig am Ende der Review da angelangt ich hoffe es hat euch gefallen wieder immer durch den Daumen nach oben zeigen wie gesagt alles in die Kommentare packen was euch denn dazu einfällt aber Sachen zur Preview beziehungsweise zur nächsten Folge immer natürlich mit Spoiler kennzeichnen damit die Leute dann im Zweifel nicht gespoilert werden können und ja wie gesagt dann sehen wir uns spätestens in einer Woche dann wieder zur nächsten Review bis dahin haut rein ciao ciao